Ich brich mit Ginger. Es hält sich bitte bereit. Ich starte bei 29, 30 und 31. Danke. Mareike, startet die Engelgang? Nee. Was ist denn da? Schiefbegange? Er hat sich voll intelligent auf die Engel gezogen. Ich bin doch nicht dran. Ich glaube, du musst es aufmachen. Das kann ich nicht noch sein. Ich ziehe die ja nie so ein bisschen an. Hatsch, Hatsch. Schick das mal runter in die Gäste. Hatsch, Hatsch, Hatsch. Hatsch, Hatsch. Das war ein Lauf mit einer Verweihung in der Zeit von 35, 35. Hatsch. Vielen Dank.